Moin aus Hamburg und herzlich willkommen, heute wieder Trainingstunde und ich habe wieder was Besonderes mitgebracht. Heute geht es um gleitende Durchschnitte. Wie kann man gleitende Durchschnitte für sich nutzen und vielleicht kann man einen gleitenden Durchschnitt sogar als Trendindikator nehmen, vielleicht kann man auch einen gleitenden Durchschnitt als Stop-Loss-Marke nehmen, das werden wir jetzt besprechen. Ja, und ich habe sehr viele Zuschriften bekommen und da wurde ich immer wieder gefragt, Carlos, auch in deinen Strategien, die du immer erklärst auf den Wochenvideos mit der Tagesstrategie, da benutzt du doch auch gleitende Durchschnitte. Das werden wir heute auch gemeinsam durchsprechen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und ich möchte gerne nochmal einen Hinweis geben. Wenn ihr also Wünsche habt, wenn ihr Dinge wissen wollt, dann schreibt doch unter dem Video, in dem Kommentar für die nächsten Wochen, was ihr gerne noch, wo ihr, ja, nicht Probleme habt, aber wo ihr sagt, wow, das würde ich gerne nochmal von dir wissen. Würde mich freuen. Und bis dahin bleiben wir jetzt erstmal bei gleitenden Durchschnitten. Wünsche viel, viel Spaß und wir gehen jetzt direkt mal rein. Jetzt nicht in die Präsentation, sondern direkt in den Metatrader und da sind wir schon. Und wir haben hier die Heikin Aschikerzen, die kennt ihr ja. Und jetzt gehen wir mal in die Bibliothek und zwar haben wir hier Indikatoren und dort fängt es schon an. Da haben wir einmal Oszillatoren, Volumen, blablabla. Wir gehen mal auf Tendenz und dann sehen wir einzelne Bereiche, die wir hier sehen. Dann haben wir hier bei den Oszillatoren gibt es Bereiche, dann gibt es bei Volumen gibt das Bereiche, was wir jetzt aber machen wollen, sind Moving Average. Moving Average kann man verschiedene haben. Ich habe welche schon mal vorbereitet und zwar, und da möchte ich gerne mal mit euch reingehen, von der Tagesstrategie, die wir sonst immer durchsprechen. Dann haben wir nämlich die wichtigsten Moving Average, zumindest für mich, meine Damen und Herren, die wir benötigen. Und wir fangen mal ganz unten an und zwar haben wir hier den Moving Average 200. So und wenn wir auf den Tageschart gehen, wie bei unserer Strategie D1, dann bedeutet das, es werden 200 Tage zurückgerechnet und das ist der Durchschnittskurs der 200-Tageslinie. Und für viele Trader und für viele Investoren ist diese 200-Tageslinie extrem wichtig. Sind wir oberhalb der Tageslinie des 200er Moving Average, sind wir long. So und wenn wir jetzt diesen Markt immer mal betrachten und das ist der deutsche Aktienindex, sind wir signifikant über den 200er Tagesdurchschnitt. Wenn ich diesen Chart mal ein bisschen kleiner mache, dann sehen wir, es gab hier eine Abwärtsbewegung und hier bitte das Augenmerkmal auf diesen 200er Tagesdurchschnitt drehen. Er läuft, er läuft, er läuft, er läuft und hier gibt es einen Bruch. Und zwar der Bruch der 200-Tageslinie. Und das nutzen viele, viele Trader und sagen, Carlos, oberhalb dieses Moving Average hier starte ich zu kaufen, ob jetzt eine Tesla-Aktie, eine Apple-Aktie, ob es eine Porsche-Aktie ist oder wie in diesem Beispiel den DAX als Index ab diesem Niveau. Das wäre hier in der Vergangenheitsbetrachtung bei 13.656 Punkte. Wenn ihr also eine Strategie fahrt und sagt, in meinem Tradingplan ist immer, wenn wir den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzen und wir drüber schließen, gehe ich long, platziere einen Stop-Loss unter dem gleitenden Durchschnitt und lasse laufen. Was passiert hier? Wir sind hier long und der 200er gleitenden Durchschnitt ist wie eine Linie. Und das ist nicht nachgezeichnet, das ist die Entwicklung. Ja, und wir würden hier aktuell von dem Kaufkurs eine sehr, sehr große Punktzahl verdient haben. Ich will euch jetzt nicht reich rechnen, aber manchmal sind die kleinen, einfachen Dinge wirklich sehr, sehr interessant. Das heißt, 200er Tagesdurchschnitt, Kurs ist da drüber, dann gehen wir long. Andersrum, 200er Tagesdurchschnitt gekreuzt nach unten, dann würden wir short gehen. Und schauen wir uns das mal bei dem Markt an. Ich gehe mal hier in den Rückwärtsmodus. Das ist das Schöne, man kann ja auch mal rückbetrachten. Hier sehen wir natürlich, wenn der seitwärts läuft, ist so eine Technik nicht gerade ideal, aber jetzt kommt der Move hier. Und da müssen wir dabei sein. Dann ist hier der Short-Einstieg. Und ich zeige es nochmal. Da würden wir Trader dann short gehen und dann geht es runter. Einstiegskurs hier, 12.624, runter, jeder weiß, was das hier war, das war das Corona-Tief. Dann ging es hoch. Hier dann der 200er Tagesdurchschnitt, das erste Mal durchbrochen. Das sind sage und schreibe 1.200 Punkte, 1.200 Punkte. Geht wieder runter, geht wieder runter, geht einmal zurück hier, kreuzt. Hier würden wir wieder short gehen und würden nur 700 Punkte mitnehmen. Dann geht er wieder über den 200er Durchschnitt und dann fängt die Rallye an und die Rallye, 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 Rallye. Schaut mal. Das ist der 200-Tagesdurchschnitt. Ist das nicht fantastisch? Hier stoppt er wieder, da stoppt er wieder. Dann gibt es immer ein Seitwärtsgeplänkel, weil es gibt drei Richtungen, meine Damen und Herren. Entweder steigt der Markt, er fällt oder er läuft seitwärts. Und diese Seitwärtsphasen, die müssen wir dann, wenn wir so ein Setup treten, aushalten, indem wir vernünftiges Risiko Money Management betreffen. Denn das Ganze ist immer im Trading immer Wahrscheinlichkeiten. Der zweite gleitende Durchschnitt ist, der sehr bekannt ist und den ihr öfter mal hören wird, ist der 100er. Und zwar der 100er haben wir auch in unserem Bereich, ist dieser da drüber. Das ist dieser. Da, diese Linie, das ist der 100er Durchschnitt. So und eigentlich ist das wie so ein Fächer. Bricht der Markt hier, dann ist der 100er, 200er, dann ist es ideal, dass sich der Markt hier nochmal eine Bestätigung einläutet. Weil hier findet der Wechsel statt, da wo die gelbe Linie ist, wo der 100er nochmal durchgeht und dann der Trend nochmal bestätigt wird. 100er und 200er gleitende Durchschnitt werden sehr häufig genommen als Zielmarken und als Trendumkehrmarken und als Stop-Loss-Marken. Das heißt, wenn ich long gehe, würde ich unter dem 100er gleitenden Durchschnitt oder unter den 200er Durchschnitt Short gehen oder andersrum, wenn ich Stop-Loss lege, wenn ich Short gehe, würde ich darüber einen Stop-Loss platzieren. Ihr seht es hier in Form der Sonne, sehr schön, wo diese Marken sind. Eine Technik, die ich euch mitgeben möchte und die die älteste Technik ist, die ich kenne, ist, wenn man zwei gleitende Durchschnitte kreuzt. Und zwar ist es der 21er und der 10er. So, ich gehe jetzt mal auf meine Indikatoren und das Video wird heute ein wenig länger. Ich mache das hier mal ein bisschen dicker. So, dann nehmen wir den 21er noch dazu. Den nehmen wir jetzt auch ein bisschen dicker, dann sehen wir das. So, und jedes Mal, ich nehme mal den anderen gleitenden Durchschnitt raus, zack, jedes Mal, wenn sich der 21er Durchschnitt, wenn die sich kreuzen, von unten nach oben, einmal hier Short, einmal dort Long, einmal hier, seht ihr hier, kreuzen sie sich Short, hier kreuzt der Markt sich wieder, da geht man Long und nur bei den Kreuzungen geht man in den Markt rein. Schreibt euch das auf, 10er und 21er Moving Average. Ich empfehle dazu, den Expotentiellen zu nehmen, der ist aggressiver und schneller. Den jetzt auf Tagesbasis, das kann man aber auch auf Wochenbasis nehmen, wenn man jetzt noch größer dabei ist und sagt, Mensch Carlos, ich will es einfach haben. Denn, schaut mal, auf Wochenbasis, hier kreuzt sich der Markt, da geht man Long, erwischt den Bereich. Wenn man jetzt eine rote Sonne zwar oben hat, aber eine rote Kerze, würde man jetzt hier nicht Short gehen. Man wartet auf die Kreuzung, das heißt, die ockerfarbene Linie müsste kreuzen, das heißt, man würde jetzt nicht Short gehen. Hier sehen wir die Kreuzung, man geht Short, da gehen wir Long. So, und das Ganze kann man sogar auch auf den kurzen Zeitebene machen, für die, die kurzfristig arbeiten wollen, sehen wir auch sehr schön. Immer wenn der Markt sich kreuzt, hier, da erwischt man Phasen, wo es längerfristig nach oben geht. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, unsere beiden gleitenden Durchschnitte für den Alltagsgebrauch. Und das sind zwei gleitende Durchschnitte, 5er smoothed auf High und 5er smoothed auf Low. Anhand einer meiner Lieblingsstrategien, nämlich den MTX. Ihr seht diese beiden ockerfarbenen Linien auf dem 5-Minuten-Chart. Und das sind die beiden gleitenden Durchschnitte, die ich auf 5 Minuten ausschließlich handle, in Form des Daily-Pivos. Und hier sehen wir gut ausgeprägte Heikin Aschi-Kerzen und die Signallage. Meine Damen und Herren, das waren gleitende Durchschnitte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich, wieder. Bis dahin wünsche ich euch gute Trades, bleibt gesund und Grüße aus Hamburg. Bis dahin wünsche ich euch.